Vierter Mord. Vierter Mord. Und so geht es in den nächsten Bogen hinein. Da kommen keine Angriffe und Friction an der Spitze. Friction führt durch den nächsten Bogen gegen Melbi Sambuca und François Dugul. Feld steuert die Tribünen gerade an und jetzt ist Björn Goop da mit Global Money auf dem Vormarsch. Verbessert die Position, greift hier zunächst einmal True Advantage an und stößt dann nach vorne zu Friction. Friction Global Money und Melbi Sambuca die ersten 3-0-2-9-6. Es geht auf die Schlussrunde, dahinter François Dugul und True Advantage und dahinter dann Bagley. Vierter auf der Schlussrunde und weiter Friction und es hätte ein bisschen schneller sein können für Bagley. Naja, auf der Überseite angekommen, weiter Friction an der Spitze und jetzt greift Bagley an. Jetzt kommt die Attacke von Ulf Olsen, der will sich nicht auf den Einlauf verlassen. Jetzt kommt Bagley, attackiert hier in dritter Spur. Da hängt sich auch Johann Untersteiner dran. Es geht auf den letzten Bogen zu, das ist Don't Wear PGS, Bagley in dritter Spur. Friction führt gegen Außen Global Money, ganz Außen Bagley, der wird schon ermahnt. Dritte Spur, die zwei, die neun, die zehn. Es geht auf den Einlauf zu Friction, Global Money, Bagley ganz Außen, Don't Wear PGS. Und eine Lücke sucht True Advantage in der Distanz. Da ist es Friction, aber Global Money greift an und außen kommt Don't Wear PGS. Friction, außen kommt Don't Wear PGS, ganz Außen, Nantucket. Innen versucht es an, aber Friction ist vorne, Friction legt zu. Friction ist vorne und Friction gewinnt dieses Rennen gegen Innen Melbis Sambuca. Und außen dann vielleicht Don't Wear PGS. Nantucket war dabei, Bagley dringt nicht durch. Ja, zwei, sechs, sieben. – Bye. – Mmmbrenald. – Die halte? – Applaus, abone Cris. – Kommischa SNSbusserl. Sehr gut, der gerade euch hierhin wird nachdykt. Die Cer семь neglect das Rennen hat über eine Vergnung von 사실 Carnage. – Das Rennen ist positiv. – Ich glaube, dass Sie être Scary. Hinblickrations in dieác Produktenya sind ... – Okay, überlegt记ер, den Binnen! Was coefficients aufbrennen lassen zu sein? – Sở haben wir Russland unter Forenarrange Court. – Binnen und Schrauben VI, genauso wieren instructor. Untertitelung des ZDF, 2020